Warum so ein Scheidung, weil wir jetzt sagen, dass wir jetzt auch wirklich zeitig unabhängig kommt, dass wir jetzt auch, wenn jetzt dann unser Leben ein Verbrochen macht, ja, wenn wir uns jetzt noch ein Verbrechen machen, wenn wir nicht nur von vielen Moden, die wir haben, weil wir von vielen Moden, die sollen jetzt wirklich Geld machen. Und für das A, für das Erarbeiten dieser Mächte, denn wir brauchen von Planungen, B, für das Einhalten der Mächte, denn wir brauchen die Führungsgrenze zuständig, das ist das Komponat. Und nämlich steht hier noch ein weiteres Komponat, der sich aber transparent verantwortlich ist. Und transparent verantwortlich würde ich jetzt bedeuten, er macht das in Methoden zu sorgen, z.B. eine Methode ist der Ausbau einer Kostenrechnung. Oder er macht auch dafür zu sorgen, dass das Hafteste Kettzeug, habe ich gesagt, für die jeweiligen für uns bereichert. Oder er hat auch dafür zu sorgen, dass dann über hinaus vielleicht diejenigen von Aprionen, weil es nicht, oder ich bin auch Experten, wenn es um den vergleichen Grün, welchen Markt, zu anderen in der Frauenstelle, das sind doch auch von der Kontrolle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.